löschen hallöchen meine lieben leute so wir sind wieder da aber ich glaube wir müssen auch gleich nach hause weil wir einen strom haben wir sind zu hause und gerade von hinten er ist wenn wir doch direkt hier mal schlafen gehen ja da ist es also sind wir gerade mal einmal um block gegangen und suchen wir das jetzt mal ja um zu bekommen so einmal schlafen geht bitte danke mach den weg aus so ist auch gespeichert wir haben acht uhr der nahe ist immer hier irgendwie da war es nö was war noch mal unsere aufgabe wie soll ich die runter holen wie soll ich die runter holen irgendwie das war falsch okay vielleicht haben wir hier auch noch was ich bin schon voll alles gut hier was war die creme mit ihnen können ich habe euch was dran ich kann man auch noch nicht nehmen ja jetzt haben wir hier nichts okay so dann gehen wir raus langen wir gerade noch so tagsüber haben ja ich mal gucken ob ich vielleicht ein tennisball mitnehmen kann oder so gleich hilft uns das kann ich nichts mitnehmen schade schade wäre es mir nicht gewesen okay alles klar dann gehen wir weiter auf suche wenn wir schon hier nichts haben das haben wir hier hinten war irgendwas mit herstellen und sowas ich habe nichts dabei okay alles klar da brauchen wir wieder was dann einmal das häuschen verlassen bitte post ne keine post die hunden war ja nix die hunden war ja nix okay hier konnte man nur speichern und war auch zu war auch zu inspiriert hat da wäre ein weg gewesen nach oben zu kommen die access ist die ich das da weg mal dann vielleicht hier irgendwas noch und das vielleicht wegkriegen können was so park in the beach left st exos church wo sind wir hier haben wir hier irgendwas das komisch aussieht ich liebe das statue wow bevor der kult vandalisiert hm jetzt hat der wagen vielleicht irgendwas was ich weiterhelfen könnte ne ne so das wollte ich jetzt nicht naja kommt jetzt nicht aus hier da kann man auch nix machen dann gucken wir das mit den vögelchen darunter kriegen muss da irgendwas hier oben geben ähm die waffe kann ich nicht einfach so benutzen guck mal da haben wir doch einen Hammer da kriegen wir alles nix hm leiter vielleicht Die Menschen von St. Axel haben in den letzten Jahren so viel erlebt. Es geht um zu sehen, dass sie ihr Bestes versucht haben, die Festivals und andere Traditionen zu behalten. So. Mir haben wir leider auch nix. Ich hab die Münze, Schießpolver. Wie krieg ich den Pummel da unter? Das haben wir auch gelesen, ja. Wie war, benimmt der nicht? Ich bin Pilz. Lass uns gehen, nur du und ich. Ähm. Au, was haben wir denn? Hier? Hier, hast du noch nicht gesehen? Ich fühle mich, dass die Wind-Türbine ein wenig Hilfe braucht, um mich zu starten. Okay, funktioniert irgendwie nicht. Doch, doch. Hm. Das wird dir zeigen, dass du mich nach hinten schauen kannst. Okay. Da ist ein Zwiebel, wie erwartet. Aber es wird nur seine Zwiebel, wenn es sicher ist, um das zu tun. Äh. Äh. Wo ist die Vogelscheuche? Hier hinstellen. Okay. Hier vorne irgendwo. Ah, ich bin hier fest. Hm. Hier haben wir auch noch eine. Tick das! Noch irgendwo eine? Da haben wir noch eine. Da brauche ich alle drei. Okay. Locken wir die jetzt an. Okay. das war für mich zum anlocken werden sollte jetzt anlocken so haben wir irgendwas brauch ich nur was zum anlocken dann schon mal speichern sonst nichts weiter Die Kugel ist geimpft, aber die Kugeln brauchen einen initialen Kugel. Dann schifft das jetzt. Ah. So. Bewegt sich jetzt. Etwas um anzulocken. Ein bisschen sehr merkwürdig. Das Ding ist sich am drehen. Gut, kann ich ja schon nicht mehr benutzen. Okay. Vielleicht hier irgendwas. Dann noch einen Pilz. Okay. Was können wir den jetzt anlocken? Hier hinten. Eine Bank. Okay. Wir haben keine Gegenstände um anzulocken. Kann ich nicht machen. Okay. Hm. Muss ja eigentlich noch was sein. Gibt da irgendwas? Weiße. Pilzen werden angelockt. Pilzen werden die angelockt. Ah. Okay. Hey. Das hätte ich aber vorher wissen müssen. Okay. Äh. Wo soll ich den jetzt hin stecken? Äh. Wo soll ich den jetzt hin stecken? Darf ich den suchen, ne? Warten mal. Und jetzt mal einen hier hin. So. Wo ist der hin? So. Und jetzt einen hier hin. So. Jetzt ist die Frage, wo ist der? Da. Dankeschön. schön. Yes. Lkw Schüsse. Ich nehme da hinten noch den Pilz mit. Lkw Schüsse. Jetzt ist die Frage, welchen Lkw. Ich glaube eher den einen von unserer Haustür da. Jetzt solange hier nicht die komischen Heiniester kommen. Ist das sehr gut. Lkw Schüsse. so eine axt und zwar hier nix ja was brauche ich jetzt die axt ein band gekriegt ist das band hello mr levant i'm calling you because i have again a problem with the digital code that you installed last year as i can't see very well at night i asked you to make each key sound different but for a few days when i entered the code you gave me two keys no longer make noise listen could you contact me when you get my message this is becoming a real problem for me oh okay das war jetzt einfach nur geraten die aktualisiert haben wir hier haben wir hier tablecloth it makes me think of breakfast at my grandmothers i swear i've eaten on the same one in weipe nur geraten füllst du nicht mal mit können wir gleich immer noch gebrauchen was ist das da sehr komisch aus mir rein was war das jetzt come on elise hey wo bin ich jetzt hier gelandet der melancholisch that's where we first met isn't it i can't believe you made a song about it here nothing in the veins but chardonnay isa me here we sind sehr verwirrt hier this is exactly where pierre gave me one of his concerts i would love to relive this moment die munition die munition da hinten ist ja bestimmt noch was oder da hinten ist nix mehr okay dann gehen wir weiter da gibt es auch noch einen weg lang no idea where i am but this place is incredible okay dann gehen wir weiter da gibt uns auch nichts hier wo sind wir hier komm ich nicht durch wir haben doch was zum zerbrechen oh ne ich hab doch nix doch ne axt oh hallo habamm ja äh z Mendel Sehr, sehr respekt. Guck mal, da haben wir eine Axt. Klar, nehmen wir die Axt mit. Und einmal Stürmchen, bitte. So. Haben wir die Axt aber nicht mehr. Ich bin, glaube ich, in einer Einstelle da. Und hier. Was war das? Okay. Sehr merkwürdig. Einmal Munition. Hier fehlt uns ein Hebel. Ein Triegel. Da ist immer da oben. Jetzt haben wir den Hebel. Ach, nö. Das ist da. Wir bringen mich hier fast um. Hier, wo haben wir hinten was, glaube ich. Ich glaube, ich muss eh gleich nach Hause. Ne, ich habe noch was Zeit. Jetzt haben wir es freigeschaltet. Was? Jetzt haben wir freigeschaltet. Äh, okay. 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 Ich habe jetzt irgendwas freigeschaltet. Aber ich weiß nicht was. Okay. 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 Ich weiß nicht, dass sie irgendwas bringen soll. Mal gleich hier für. Wenn ich schon gehe. Alles klar. Aber ich würde sagen, dann ist die Folge hier wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.